Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen Nicola Poella und wie ihr erste Aufnahm-Itag im mexikanischen Roman Liebe hat kein Rezept war. Das peruanische Model hat bereits mit den Dreharbeiten zu dem von Juan Osorio inszenierten Azteken-Roman begonnen, der auf Televisa ausgestrahlt wird. Nach ihrer erfolgreichen Teilnahme an der Reality-Show Casa de los Famosos entwickelt sich Nicola Poella in Mexiko beruflich weiter. Das peruanische Model hat bereits mit der Aufnahme seines ersten mexikanischen Romans Liebe hat kein Rezept begonnen, der im ersten Quartal 2024 auf dem Televisa-Signal ausgestrahlt wird. Den sozialen Netzwerken des peruanischen Models zufolge begann er am vergangenen Montag, dem 6. November, mit der Aufnahme seiner Szenen während der Dreharbeiten zu der von Juan Osorio inszenierten Produktion. Bevor die Szenen begannen, ging Nicola Poella den Make-up- und Haarbereich durch. In einem Video konnte man sehen, wie das Make-up- und Kunstteam von Televisa ihn an einen neuen Charakter anpasste. Welche Rolle wird Nicola Poella spielen? Nicola wird einen jungen Mann namens Kenzo spielen und Teil des Freundes- und Familienkreises des Protagonisten Daniel Elbita sein, einer Person mit einer wohlhabenden Position und großer wirtschaftlicher Macht, die sehr in einen sehr armen Menschen verliebt sein wird. Es handelt sich um eine originelle Geschichte, die von den Drehbuchautoren Pablo Ferret, Santiago Pineda und Marta Jurado geschrieben wird, die Teil der Produktionsfirma von Juan Osorio sind. Das ehemalige Mitglied von Estor Esgera wird sich die Rollen mit der transsexuellen Schauspielerin Coco Maxima teilen, die über umfangreiche Serienerfahrung verfügt. Ursprünglich sollte ihre Rolle von Wendy Guevara gespielt werden, aber sie konnte sich mit Osorio nicht einigen und wird stattdessen in einigen Szenen der Televisa-Produktion mitwirken. Die Hauptdarsteller sind Claudia Martin und Daniel Elbita, die ein Liebespaar spielen, das Teil zweier unterschiedlicher Welten ist. Worum geht es in Liebe hat kein Rezept? In einem Gespräch von Juan Osorio mit dem digitalen Programm des prominenten Moderators enthüllte Gustavo Adolfo Affont einige Details seines 25. Romans mit dem Titel Liebe hat kein Rezept. Es geht um die Dualität zwischen wohlhabenden und einkommensschwachen Menschen, bei der in den Protagonisten eine Romanze entsteht und sie mit mehreren Schwierigkeiten konfrontiert werden, um glücklich zu sein. Es gibt zwei Universen, das von Isterpalapa, das Populäre, und das Universum der Reichen. Im Gegensatz dazu gibt es für die Liebe kein Rezept und der Titel ist sehr schön, weil, welches Rezept gibt es, um dir zu sagen, was Liebe ist? Niemand bringt dir bei, wie man Vater oder Ehemann ist. Es ist eine originelle Geschichte und mein Regisseur ist Eric Morales, erklärte er. Nicola Porrella beklagt, dass die mexikanische Fluggesellschaft ihn diskriminiert habe, weil er Peruaner sei. Der ehemalige Teilnehmer von La Casa de los Famosos Mexico reichte nach seiner Rückkehr nach Mexiko eine Beschwerde gegen das Unternehmen wegen angeblicher Diskriminierung ein. Er erzählte, wie ein Aeromexico-Arbeiter ihn aufgrund seiner peruanischen Staatsangehörigkeit diskriminierte. Erinnern wir uns daran, dass Nicola Ligl im Ausland arbeitet und als mexikanische Einwohnerin identifiziert wird. Zusätzlich zur doppelten peruanisch-italienischen Staatsangehörigkeit. Wir kamen mit dem Flug aus Madrid an und als wir in der Warteschlange der Einwanderungsbehörde standen, wurde unsere Warteschlange geändert. Als wir vorbeikamen, sagten sie uns, du darfst nicht passieren, nein, nein, du kannst nicht passieren. Außerdem wirst du uns hier überholen, weil du Peruaner bist. Der offenbar empörte Influencer antwortete, und was muss das peruanisch sein? Erklärte er. Der 35-jährige Peruaner hat in seinen Instagram-Stories ein Video gepostet, in dem er von seinen schlimmen Erfahrungen auf einem Flughafen erzählt. Er verriet, dass er nicht tatenlos zugesehen hatte und reichte die Klage gegen die Mitarbeiter von Aeromexico ein. Ich wohne in Mexiko. In Mexiko bin ich wie ein Italiener, aber im Herzen bin ich Peruaner. Es hat mich berührt, dass wir das gesagt haben, das kann nicht erlaubt sein, und wir haben die Behauptung aufgestellt, erklärte er. Paul Ella ging zu den Vorgesetzten des Unternehmens und beschwerte sich gegen die Arbeiterin, die ihren Fehler zunächst nicht eingestehen wollte. Am Ende sagte er, dass er es gesagt habe, aber es war keine schlechte Absicht, weil ich mit mehreren prominenten Fotos gemacht habe, sagte er. Ich sagte, wir haben ihnen nicht gesagt, dass wir berühmt sind oder so, wir sind nicht daran interessiert, Ruhm muss mir überhaupt nichts nützen, ich bin nur eine andere Person und ich denke, jeder hat es erkannt. Am Ende übernahm die Fluggesellschaft die Verantwortung und wir hinterließen einen Brief. Mehr als für mich selbst, ich tue es, für die Menschen. Ich möchte nicht, dass mein Sohn so behandelt wird oder dass ein mexikanischer Freund von mir in einem anderen Land so behandelt wird. Ich würde es hassen, wenn ein mexikanischer Freund mir sagen würde, ich wurde in Peru schlecht behandelt, sagt er sagte. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.